Wir sind zwar gerade noch in Moskau, aber heute geht es nach Kazan und ich bin gespannt auf die Stadt, weil ich bisher eigentlich noch nicht so viel davon gehört habe, von Europa aus gesehen, aber ich habe mir schon ein paar Bilder natürlich bei Google angeschaut und es gibt echt eine interessante Kathedrale, aber dazu nachher mehr. Wir sind heute Morgen gegen 11 Uhr in Kazan angekommen. Und da wir früh aufgestanden sind, wenig geschlafen haben, haben wir dann im Hotel erstmal einen kleinen Nap gemacht. Jetzt sind wir aber in der Stadt unterwegs und wir sind gerade auf der Hauptshoppingstraße und auf den allerersten Blick gefällt mir Kazan schon mal ganz gut. Man sieht halt einfach wieder eine ganz andere Kultur im Vergleich zu Moskau. Und auch die Bauweisen von Gebäuden unterscheiden sich wirklich maßgeblich. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018